Hallo, hier ist Ellen, heute mit dem sechten Teil von meinem WordPress-Tutorial. Ich hatte ja im letzten Teil gezeigt, wie man WordPress-Theme responsive anlegt, also mit responsive Layout. Das bedeutet, dass sich das Theme-Design je nach Browsergröße anpasst und sich dann sozusagen in der Spaltenanzahl verändert. Und das habe ich mit CSS3 Media Queries gemacht, also das war ja im letzten Teil. Und heute möchte ich jetzt an meinem Theme weiterdesignen und da werde ich mir jetzt über den WP-Importer Testdaten einladen, also Testartikel und Seiten und Unterseiten, sodass ich eben eine Umgebung habe, wo ich wirklich sozusagen eine realistische Umgebung mit Inhalten und ich da mein Theme-Design sozusagen wirklich praktisch designen kann. Weil wenn ich jetzt hier sehe, in meiner Standard WordPress-Installation, habe ich hier nur dieses eine Kommentar reingeladen und wenn ich jetzt hier mal links in der Navigation auf Artikel klicke, sehe ich auch, dass ich nur diesen Standard ersten Artikel, Hallo Welt, drin habe. Auch wenn ich jetzt hier auf das Frontend gehe, sehe ich auf meiner Stadtseite nur diesen einen Artikel und auch in der Sidebar ist nicht wirklich viel Inhalt, also da ist nur Kategorien und Archiv und hier in der zweiten Sidebar die Blogroll. Also da möchte ich mir jetzt einfach mehr Inhalt reinladen, um damit arbeiten zu können. Das könnte ich natürlich zum einen manuell machen, also dass ich mir selber Artikeltexte reinschreibe oder mit Lorem Ipsum arbeite, also diesem Blindtext. Aber da gibt es ein ganz praktisches, vorbereitetes Tool, dieser Theme-Unit-Test hier auf der WordPress.org-Webseite. Im Codex findet man den. Den Link zu dem Theme-Unit-Test werde ich aber auf jeden Fall auch noch im Artikel mit angeben. Und wenn man jetzt hier auf der Seite ein bisschen runter scrollt, unter Text-Environment-Setup, also unter diesem Infofeld, was sozusagen alles in diesen Testdaten beinhaltet ist, findet man den Link hier auf diese XML-Datei. Und das kann man sich einfach mit Links speichern unter, auf seinen Computer installieren, lokal. Also das habe ich jetzt hier mal schon vorbereitet, diese Testdaten in der XML-Datei. Und im nächsten Schritt möchte ich die jetzt in meine WordPress-Installation die Daten eben einladen, also importieren. Und da gibt es hier im Admin-Bereich diesen Bereich Werkzeuge. Und da finde ich den Punkt Daten importieren. Den klicke ich jetzt mal an. Und dann wähle ich hier den untersten Punkt WordPress aus. Und über den Punkt kann ich mir jetzt dieses Plugin-WP-Importer, also WordPress-Importer installieren. Das wähle ich jetzt mal hier aus. Dann installiert es das schon automatisch im Admin-Bereich. Und dann wähle ich hier gleich als nächsten Punkt Plugin aktivieren und Import starten aus. Und jetzt komme ich hier jetzt zu diesem Import-Bereich. Und da kann ich mir jetzt eben meine XML-Datei auswählen. Und die habe ich hier auf dem Desktop gespeichert, vorübergehend. Die wähle ich jetzt aus und drücke hier auf den Button Datei aktualisieren und importieren. Und jetzt werden mir hier meine Daten importiert. Ich klicke da vorne noch diese Info, dass ich mir jetzt aussuchen kann, ob wer jetzt sozusagen hier als Autor der Dateien stehen soll. Da kann ich mir meinen eigenen Namen auswählen. Und hier habe ich noch als weitere Option, ob ich auch die Attachments, also die Bilder und so weiter, mit importieren möchte. Dieses wähle ich jetzt auch mal aus, die Option und klicke auf Submit. Und jetzt warte ich mir hier, dass mir meine Daten importiert werden. Das dauert wahrscheinlich einen kleinen Moment. Ich muss kurz warten. Und dann müssten hier meine Artikel und Kategorien und Schlagwörter und alle möglichen Daten eben importiert werden. Also sobald jetzt hier die Daten fertig importiert sind, kommt dann hier die Nachricht All done, have fun. Dann gehe ich jetzt hier mal auf meine Artikel im Admin-Bereich und schaue mal, ob ich da wirklich jetzt mehrere Artikel drin habe. Und da sehe ich jetzt schon, dass alle Testdaten importiert wurden und ich die verschiedensten Artikel zum Testen jetzt hier in meiner WordPress-Installation, meiner lokalen Installation drin habe. Wenn ich jetzt mal auf den Frontend gehe und Refresh drücke, sehe ich jetzt hier auch, also es sieht jetzt nicht besonders schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Also hier habe ich mein Menü mit einigen Seiten und Unterseiten und mehrere Artikel jetzt auch in meinem Content-Bereich und auch Fotos. Also das sind jetzt hier alles nur so Testbilder. Sieht natürlich im Augenblick wirklich noch furchtbar aus, weil ja sozusagen gar kein CSS-Styling bis jetzt gemacht wurde. Also ich habe jetzt hier auch eine Bildergalerie und so weiter, mehrere Kategorien und da kann ich jetzt eben sozusagen mein Beam schon realistischer einrichten und die CSS-Styles dann dementsprechend programmieren. Also das ist der Beam-Unit-Test und der WP-Importer, den ich jetzt zeigen wollte in diesem Screencast. Und im nächsten Teil werde ich dann mich mal an das Styling des Headers machen und meine Navigation einrichten und da dann auch zeigen, wie man die Custom-Menus, also die individuellen Menüs von WordPress nutzt, um da seine Navigation in Header einzurichten. Und natürlich ein Logo und dann werde ich auch noch gucken, dass ich jetzt mein individuelles Header-Bild dann noch als Option im WordPress integriere. Das habe ich ja bis jetzt auch noch nicht gemacht. Also das kommt dann im nächsten Teil des Screencasts. Wenn du Fragen zu diesem Teil hast, schreib mir doch einfach einen Kommentar und ich freue mich schon auf dein Feedback. Tschüss! 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 Tschüss!